Ich will es dir zeigen, ich will es dir zeigen, wir machen eine Nachtscheife nochmal hier. Ich will es dir einfach nochmal kurz mal zeigen und ich will mal deine Meinung dazu. Wir gehen jetzt hinter den Baum und dann zeigst du es mir. Ja, ich zeig es dir jetzt. Das ist so weird. Wollen wir mal mit? Oh ja, was geht? Eigentlich würde ich mich sehr gut krisen einfach. Hallo! 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 Krisen Sie doch mal mit mir, was ist hier los? Was ist hier los? So. Ja. Was willst du mir jetzt zeigen? Siehst du das eine hier, genau wo ich jetzt gerade stehe? Ja und weiter? Also im Handy sah es ein bisschen krasser aus tatsächlich, muss ich schon sagen, aber diese Kurven... Niki, bist du... Niki, ich bin ganz ehrlich, ich kümmere mich dran. Nein, das war ernsthaft. Was hast du geraucht? Nein, ernsthaft jetzt! Die Person wurde auf ihrer Kante aktualisiert. Was hast du geraucht, Niki? Was willst du mir damit sagen? Das ist eine Einkeilung in den Baum. Mehr ist es nicht. Ja, es ist ja auch. Aber es sieht sehr abstrakt aus. Hallo Officer! Ich weiß nicht, was du an abstrakt findest, aber okay. Kein Ding. Das gib mir hin. Weißt du was? Ich hasse meine Kollegin inzwischen. Schnell. Ich hab sie gefunden. Hau sie weg. Geflieht! Nein, schwarze Hotpants. Das ist ein schwarzes Kleid. Das sind unsere Hotpants. Das hab ich gesehen da. Wahrscheinlich, das sind unsere Hotpants. Man sieht es ja nicht unter dem Kleid. Man sieht es ja nicht unter dem Kleid. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich hab hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. ... Da 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 Hä.. Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer! es ist unbedingt ein drogenlieder finden mindestens eine hier im park es ist dunkel die können drogenlieder stattfinden im dunkeln sogar am tag eingefunden mann nur ein jammerlappen meint immer wirklich negativ ihr standort ist derzeit nicht erreichbar wir schicken so schnell wie wirklich einen raus officer für verkehrskontrolle angefordert können sie das übernehmen oder nein es gibt ein stau in ihrer nähe ein abschleppwagen wird an ihrem standort geschickt sobald die strecke wieder frei ist hallo es gibt ein stau in ihrer nähe ein abschleppwagen wird an ihrem standort geschickt sobald die strecke wieder frei ist parking 8 a.m. till 12 noon ok 1 uhr morgens keine achtung morgens oh jesus christ der hintergrund ist so ich habe hier ein wagen der abgeschleppt werden alle so brav seite alle abschleppwagen sind derzeit im einsatz wir schicken einen so schnell wie möglich an ihrem standort ich habe hier ein wagen der abgeschleppt werden muss könnte er bitte ein abschleppwagen an einen aktuellen standort stapeln kümmern uns innerhalb der nächsten 24 stunden ja dort ist derzeit nicht erreichbar wir kümmern uns innerhalb der nächsten 24 stunden darum ich habe hier ein wagen der abgeschleppt werden muss könnte er bitte ein abschleppwagen an meinen aktuellen standort schicken das grün es ist derzeit kein abschleppwagen verfügbar wir schicken kann die stadt gemeldet was ist los mit dem typ hat er keinen bock mehr auf seine arbeit oder was ich habe da gerade auf dem parklitz erwischt der wird sauer ich würde wieder einfach nicht dauerhaft anrufen sein job ein abschleppwagen wird in kürze bei ihnen ein treffen officer rabe Sind Officer verfügbar, wir brauchen Unterstützung. Hä? Oh, was war die denn? Oh, viel Spaß, Leute. Kein Iroquese, kein Iroquese, kein Iroquese, aha, aha, Müll auf die Straße geworfen hier, war das zweitens Probe oder was? Okay, let's go. Aufheben. Aufheben. Auflecken, jetzt erst recht. Jetzt er hat recht. Jetzt er hat recht. Jetzt er hat recht. Etwa 25 Dollar Bußgeld. So viel Geld habe ich nicht. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Ich verfolge gerade zwei Typen, aber so viel Zeit muss sein. Ich bin tatsächlich nicht richtig. Ich bin voll in die Richtung. Okay, hier ist die Mitte davon. Ach da, Leute, das ist plötzlich hinter mir gesporen. Hi. Sofort stehen bleiben! Ich habe Kinder! Nicht schießen! Okay, also auf jeden Fall zählt das mit der Pistole zu zielen. Okay, das ist schon mal nice. Sie sind wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsmaßnahmen verhaftet. Weil vorher hätte es ja immer ein Minusverwürgen gegeben. Ach, bitte! Nein! Nein! Ganz richtig. Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreten. Ich würde es ungern ausprobieren, wenn jemand flüchtet. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis bitte. So. Natürlich Officer. Bitteschön. Okay, das war ein Raser. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole. Verstärkung benötigt. Ich muss auch nur wiederholen. Verstanden. Ich schicke die nicht gelegene Einer dann ihren Standort. Ich stehe jetzt Standardausrüstung hier direkt da. Ich hätte gerne das Wort ausgerüstet. Die Dinger sind wenigstens stabil und halten dort aus. Und noch eine Menge Reichweite. Meine Geldbörse wurde gestohlen. Oh. So verrücken Sie die Polizei, wenn Sie nicht mehr schießen! Halt! Polizei! Nicht schießen, bitte! Echt jetzt? Toll, ich habe 20 Minuspunkte bekommen, weil die eine Olle reagiert hat, obwohl ich auf die Olle gezielt habe, die die Geldbörse geklaut hat. Ja, moin. Ich verhafte Sie wegen Diebstahl. Stopp! Ich hätte schneller laufen sollen. Alle Abschleppwagen sind derzeit im Einsatz. Wir schicken einen so schnell wie möglich an Ihren Standort. Das ist meine Geldbörse. Hilfe, bitte! Hilfe, man hat mir meine Geldbörse gestohlen! Will ich wissen, warum die Dame feuchte Trauben bei sich in der Hosentasche hat? Stopp! Sie hat einen Kleid an. Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. Meine Geldbörse wurde gestohlen, bitte Hilfe! Alles klar, hier ist Ihr gestohlenes Eigentum. Gott sei Dank waren Sie da, Officer. Ich glaube in einigen Höhen. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Oh, fuck. Schon vergessen den Diebstahlbericht zu übergeben. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Ich habe das Gefühl, die Schussfrau hat eine bessere Einschüchterung mit einem besseren Einschüchterungs-Effekt als der Taser. Aber du kannst auf x-beliebiger Reichweite jemanden festhalten damit. Alle Abschleppwagen sind derzeit im Einsatz. Wir schicken einen so schnell wie möglich an Ihren Standort. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir kümmern uns innerhalb der nächsten 24 Stunden darum. Der Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir kümmern uns innerhalb der nächsten 24 Stunden darum. Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken einen an Ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken einen an Ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Nein! Der Verkäufer... Wie geht's? Hä? 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 Die sind jetzt kaputt. Die sprinten einfach weiter. Ich hab den Verkäufer grad gefasert und der sprintet einfach weiter. Die läuft einfach weiter gemütlich. Ja, im Park oder was? Wir sind jetzt einfach. Ja. Top. Hä? Ich bin grad so verwirrt. Der Verkäufer ist umgefallen und rennt einfach weiter. Und ist jetzt weg. Nein. Ich rennt grad der Käuferin hinterher aus irgendeinem Grund. Halt! Polizei! Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Die ist auch einfach despawned jetzt. Hä? Die ist einfach despawned. Ist ja komisch. Der Fack! Ich wollt die doch nur aufhalten. Dann liest du festhalten. Dann... Werd ich heute noch keinen drogen, die, Kevin. Das... Hä? Das ist merkwürdig. Ich mein, ich hab den Drogendief. Entschuldigung. wird in kürze bei ihnen auf den zaun rum was ist das sie sind so merkwürdige dinge wenn es doch eine unterstützung angefordert ist ein officer verfügbar ein abschleppwagen ein abschleppwagen wie möglich bei ihnen eintreffen sieben monat fast sie schicken uns auf die andere seite des distrikts nur um einen unfall aufzunehmen gibt es keine anderen officer hier in dem distrikt eine nur mit dem dienst und die leitstelle was mit den zehn fahrzeugstreifen wir besitzen die in den anderen distrikten oder gibt es jetzt anarchy erstmal da gibt es anarchy aber scherpfe der erste und schuld hier klar von der super schicht stelle wirklich heiliglich typen die immer im spiel dienst also langsam und dann wird nur um Und dann sitzt sie auch nur da rum, die Tiffany, weißt du? Da an der Station, ja? Was kann denn der Polizeistelle? Nein, bin ich nicht. Es mir nur ganz aufgefallen, dass hier da immer einer steht, der eigentlich immer weiblicher Charakter ist. Stimmt, das ist immer weiblich. Dass sie sich da irgendwo gedacht haben. Na, was ist denn hier passiert? Oh, meine Fresse, ey. Ich bin am Unfallort eingetroffen. Ich will kein Auto fahren, hier. Vollidioten. Ach, schrecklich. Ich muss ja noch Bilder von der ganzen Scheiße hier schicken, ey. Das ist kein schöner Anblick. Echt mal, ihr könnt euch mal in Zukunft das mal anders überlegen, wenn ihr die Auto fährt. Mit den Autos fahrt ihr schon mal nicht mehr. Alles kaputt hier. Alles kaputt. Wie geht es Ihnen, Officer? Ach, halt's Maul. Ich lasse die Leute, die mal hier herinnern, random grüßen, ey. Schrecklich. Ich hasse meinen Job. Okay, was ist jetzt los? Wieso kann ich die scheiß... Okay, ich kann die ganz komischen Branche wohl nicht wählen. So... Du... ach... Nein, ich will mit dir reden, Mann. Nicht mit deinem scheiß Auto. Wer bist du denn überhaupt? Ich möchte gerne Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ich helfe dir mal, Kevin. Willst du jetzt, Kollege, hä? Ja, Officer, bitteschön. Ich habe keine Drogen genommen. Ich habe keine Drogen genommen. Dieser Fahrer hat die Geschwindigkeitsbegrenzung missachtet. Sie müssen den Fahrer... ... zu sehen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Gibt's denn Zeugen hier, hä? Irgendwelche Zeugen? Habt ihr irgendjemand was gesehen? Nein? Okay. Dann fehlen da irgendwie noch Bilder, oder? Das ist dann schon... Das ist schon befragt? Ja. Okay. Da fehlt auch eine Menge dann, hä? Ich habe schon einen Ausweis und sowas alles gefragt. Ich habe auch von mir alles gefragt. Hä? Es gibt keine Zeugen. Perfekt. Und zwar habe ich auch befragt, Alkoholabitest habe ich gemacht. Führerschein-Controller habe ich gemacht. Habe ich auch gemacht. Hä? Oh Gott. Was fehlt denen hier noch? Bilder irgendwie, die ich nicht kriege? Kannst du mal gucken, ob da irgendwie noch Bilder fehlen? Da hast du aber alles schon Fotografieren, was ich auch schon... also was ich auch hätte, Fotografieren können tatsächlich. Nee, hast du alles gemacht. Da fehlen dann aber, wenn dann noch viele Bilder. Hä? Ich möchte gerne Ihren Personalausweis und Ihren Versicherungsschein sehen, bitte. Bitteschön, Officer. Da haben wir alles gemacht gehabt. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Hier, Ihr Unfallbericht. Okay, danke, Officer. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Was war's? Was war's? Bleiben Sie stehen! Verfruchte Wandschänder! Verfruchte Wandschänder! Da finde ich meine Kunst aber nicht für die Innenstadt! Wieso despawnen alle Leute, die despawnen alle Leute, die despawnen? WTF? Ich taser die Leute, die despawnen einfach! Ich kriege keine Ampel bei Rot, ich bin die Rote Ampel. Zählort erreicht, ich werde mit der Suche nach der verdächtigen Person beginnen. Los geht's! Du machst das schon, ne? Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. Was ist das denn da? Ich bin überhaupt nicht in der Nähe davon. Mal einfach ganz gemütliche Fahrzeugkontrolle, ey. Weißt du, das tolle ist, die Leute können die ungefähr, also unsere Leitstelle kann ungefähr einen Standort ermitteln von den Leuten. Die können uns nicht zu 100% sagen, wie sie sind. Oh, ich sehe sie da drüben, aber die ist außerhalb des Gebiets. Ah, super. Sofort stehen bleiben, wenn sie sich bewegen, schieße! Ja, die sind roten, die draußen. Halt! Polizei! Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Sofort stehen bleiben! Halt! Ich will die nicht erschießen müssen! Polizei! Stehen bleiben! Sofort! Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. Sie sind festgenommen, da sie vor einem Strafverfolger geflogen sind. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Das funktioniert tatsächlich. Wenn dann so lange ich die rote Lady überschreite, ist das alles wunderbar. Ja. Das habe ich auch inzwischen angefangen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden, die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. Ok. Ich habe leider keinen Taser-Monitor mehr. Ich muss auf den Polizeiwagen warten. Obwohl, die Schicht ist eh gleich vorbei. Ich habe schon... Es sieht man einfach, wie oft ich schon einen Taser rausgeballert habe. Bericht 81. Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. 83. Wir haben eine Verkehrskontrolle. Dafür brauchen wir noch jemanden. Ja gut, die machen wir noch nicht. Wir schicken einen an Ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. So, gucken wir uns schon, was die auf den Weg zurück machen zur Polizeistelle. Wie würde ich sagen? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. 91 Berichte. Ja moin. Ihre Schicht ist um. Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. 93. 93. Alter, leck mich doch um den Arsch, ey. Ja, warte. 95. Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. Alter. 97. Ich glaube, heute sind wir Kopf des Monats, Niki. Aber Absolut, ey. Ich bin sogar Ihr Partner des Monats. Und? 99. Und die 100 machen wir jetzt auch heute. Ich hab hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standorten stellen? 1. 101. Und auf die Wache jetzt. Kümmern wir jetzt die Wache mal aus. Ich hab hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. 100. Ich hab hier einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken. Jetzt haben wir 203 einfach geskippt. Oh. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. 105. Wir kümmern uns innerhalb der nächsten 24 Stunden darum. Ah, das auch noch. Warte mal. 7. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich hab hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Alter. Es ist derzeit ein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken einen an Ihre Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Wir schicken so schnell wie wirklich einen raus. Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. Irgendwie, der Rass ist grad völlig aus, Alter. 112. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Ich glaub, ich weiß schon, wie ich die Folge der Niki rasset aus. Nein, kann ich die nicht. Ich bin außer Dienst. So. So viele Berichte, Alter. Ich bin fertig. Wir haben 1300 Punkte, Alter. Okay. Ich hab's unkommentiert. Das hast du ja nicht geschafft, Niki. Setz mich einfach hin und lass da unkommentiert. Alter. Der Brief ist bestimmt lang jetzt hier. Der ist echt... Der ist richtig lang. Der ist sogar so lang... Der ist so lang, dass er bei mir extrem lang gebraucht hat, um zu laden. Holy shit. Holy shit, Niki. Ich glaub, wir haben's übertrieben. Wir haben so was von übertrieben. Wuh, wir haben 6 Sterne jetzt. Wuh. So. Dann. Ich bedanke mich vielmals für den Zuschauern für diese Aufnahmesession. Tatsächlich. Und... Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Poli Stimulator wieder. Bis dann. Haut rein. Und... Tschüss. Ciao.